Hallöchen, herzlich willkommen bei diesem stürmischen Wetter zu The Witcher 3. Mit meiner Wenigkeit mit Geralt. Und ja, das hässliche Entlein schießt mich tot. Könnten wir theoretisch machen. Aber ich habe wirklich so lange drauf gewartet, liebe Freunde. Was ist Störung hier, Mohn? Ihr Sahamol. Deswegen werden wir Hexeraufträge... Ne, war's nicht. Das war die Schatzsuche. Deswegen werden wir die Wolfsschulenausrüstung... Verzeiht mir. Deswegen werden wir die Wolfsschulenausrüstung jetzt sofort machen. Bitte habt ein Nachsehen. Aber ich habe da ewig lang darum gekämpft. Durch Suche die Ruinen des Signalturms bei Kermorhen. Guck. Da schauen wir uns jetzt mal ein bisschen um. Ach, ist ja nicht weit. Also wird es mich verarschen. Obwohl, der Plätze ist ja hier, ne? Oder theoretisch kann ich ja... Ach, Sixtus. Da wollte ich ja sowieso noch hin. Ja, was haben wir denn da Schönes? Bitte was Gescheites, ne? Was Schellkraut? In der Kiste. Quenglyphe. Okay, die Hoffnung liegt hier noch auf dieser Truhe. Was war das? Silber, Ernst, Skellige, Gambesor, Brunenstein. Ja. Nichts Großartiges, aber wir nehmen uns mit. So, wir gucken jetzt nochmal auf die Weltkarte, wo wir sind. Und wo wir hin müssen. Hülle am See haben wir hier. Ja, wir müssen hier eigentlich gleich hin. Wir können aber doch noch einen Abstecher hier machen. Und dann nehmen wir das auch gleich durch. So schlagen wir doch zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, ich weiß, ich könnte ja auch mit Pferd, aber wie gesagt... Wir sind jetzt zum ersten Mal so richtig. Ich kann jetzt das Tutorial eigentlich jetzt nicht dazu nehmen, wo wir in Kermohlen waren. Und dass wir ja dann gleich weitergereist haben, wir haben ja keine Möglichkeit, uns hier ein bisschen umzugucken. Und hier hängt zu bleiben. Von daher möchte ich das doch jetzt hier ein bisschen mal erkunden. Ach, fuck you. Komme ich hier hoch? Nein. Ich gehe dann vielleicht von der anderen Seite. Ja, von der anderen Seite wird es vielleicht ein Sinn geben. Auch hier ist doch die Natur in Ordnung. Scheiße. Wir müssen voll auf die andere Seite, ey. Die Frage ist, wie kommen wir halt da rüber, ne? Jetzt dachte ich schon, kommen wir vielleicht hier dann hoch? Bitte, 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 bitte. Nein. Ach, ich bin schon wieder zu Mäusen wegen mir. Na, dann gehen wir halt den Fluss hier nach oben. Ach, wie schön das ist, dieses kleine Dächlein. Und waut sie, Wolf. Ach, hier ist mehr als nur einer. Das tut mir wirklich leid. So, tschuldige. So rohes Fleisch, immer was zu essen. Klar, nehmen wir alles mit, nehmen wir alles mit. Sixthes meditieren könnte man ja noch. Ah, Rehau, okay, die haben hier ein Rehzerlicht. Kommen wir hier nach oben. Fuck, nein. Okay, weiß was, dann meditieren wir jetzt mal schnell eine Runde. Denn dann füllt es wieder unser ganzes Zeug auf, wo wir verbraucht haben, die ganze... Entschuldige, die ganzen Bomben, etc. Das ist halt die Frage, wie komme ich hier rum? Hier sind die Bäume alle abgestorben. Ah, hier Kehrmohren. Ja. Wir sind auf dem richtigen Weg. Gut, wir können hier die Wolfsschule machen, aber ich möchte es hier nochmal wirklich erkunden. Was haben wir hier noch? Ach, das ist wie in den Alpen. Ich weiß nicht, wenn ihr schon mal in den Alpen wart. Aber da sind auch die ganzen... Ja, Wiesen und Wälder überall mit Hubl, etc. Ui, was haben wir hier? Ist nochmal ein Eingang? Nee, das ist gar kein Eingang, kein Höhen-Eingang. Ich glaube, das war mal nur ein, oder? Ja, wer schon mal in den Bergen war, der weiß bestimmt, dass es hier wirklich... Also wirklich sehr gut nachgemacht ist. Hier ist wirklich halt noch naturpur, ne? So, nichtsdestotrotz... Wäre es ziemlich, ziemlich cool. Wenn wir es doch schaffen könnten, irgendwie hier nach oben zu kommen. Ja, wir haben es sogar geschafft. Geil! Was ist es hier so gräulich? Naja, egal. Wir gucken uns da drüben, wie gesagt, jetzt nochmal schnell um. Sind wir ja gleich da, 100 Meter. Okay, ebenfalls wieder eine alte Ruine. Ich denke mal, es wird auch wieder eine Markierung geben. Ach, Alter, ist das geil hier, ohne Witz. Das sieht doch cool aus, oder, Freunde? Neue Markierung, Bastion. Ach, diese Viecher schon wieder. Okay. Wir rüsten uns aus, Freunde der Sonne. Wir rüsten uns aus mit dem guten Alten. Ne, was war das nochmal für ein Öl? Geisteröl, genau. Mit dem Geisteröl rüsten wir uns aus. Und natürlich nochmal... ...mit dem guten Alten... Welches war das? Das da genau? ...bautieren. Ach, hier wurden sie ausgebildet. Sehr cool. Ich mache auch ordentlich Schaden. Yes, freut mich. ...Geralts Wurzeln quasi hier. So, wir nehmen das noch. Upsala. Na, na, na. Jetzt hat er... Irgendwas muss sie an diesen Ort gebunden haben. Was? Das ist hier eine neue Quest. Warte mal, wir sammeln jetzt hier erstmal alles ein. Wo war auch noch was hier? Das Medaillon zuckt, aber ich sehe nichts. Die Lampe dürfte mehr enthüllen. Hm, Geralts Wurzeln hier. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, jetzt schaue ich nochmal, welche Stufe das ist. Beziehungsweise... ...welche... ...das denke ich mal eine Negan-Quest. Oh, Stufe 23. Ja, da warten wir nochmal, hätte ich gesagt. Da kommen wir irgendwann mal hin. Ich möchte halt jetzt doch wirklich die Schulausrüstung machen. Wie gesagt, da kommen wir irgendwann nochmal hin. Und... Ja, deswegen... ...werden wir... ...werde ich die Markierung nochmal wegmachen. So, und wir gehen hierhin endlich zur Wolfsschulausrüstung. Ach, Freunde, Alter, ich leck mich doch fest. Entschuldige. Ich finde es halt schon ziemlich, ziemlich cool. So. Dann laufen wir mal hier entlang. Das siegste ist immer ja auch schon gleich da. Nur noch ein Wolf. Oh, ne, ein Bär. Hallo. Der ist aber ahleicht zu besiegen. Na, na, na. Tut mir leider gut, du störst halt nicht. So, sehr schön. Sagen wir, Berserker, Hau, Hust, waren Berserker. Hier nehmen wir noch die Pflanze mit. So, Wolfsschulausrüstung, wir kommen. Was war denn da jetzt wieder auf uns? Wo kommen die alle her? Junge, Junge, Junge. So. Einmal noch draufkaut, schon haben wir ihn. So, wir meditieren noch mal eine Stunde. So, jetzt. Bis jetzt. Und mit der noch mal höher hin. Wie, nein. 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 Bock, Gerhard, bremst halt ab, Alter. Bist du mich verarschen, wie komme ich jetzt hier wieder hoch hin? Ah, zum Glück hier wieder, Gott sei Dank. Gott sei Dank, Freunde. Ja, aber der junge Mann lebt noch, ne? Der junge Mann lebt noch, hat er gemacht. So, scheiße. Was ist das für eine Ruine? Ist das die Bastion gewesen, ne? Ist das die Bastion gewesen? Ich schaue noch mal auf die Weltkarte, entschuldige. Aber der bärt mich jetzt völlig, ja, ja. Das war die Bastion, hat er gemacht. So, wir laufen hier entlang. Nochmal querfeldein. Da ist der Weg, sehr schön, Edsel. Das ist die Frage, ne? Okay, was muss, wir meditieren mal ganz kurz schnell noch. Gratuliere. Na, 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 na. Muss ich tatsächlich, wie ich die Demi tue? So, jetzt gibt's bitte auch Ruhe. So, jetzt können wir aber hier meditieren, ne? Normalerweise. So, wunderbar. Wenn ich's auf die schwierigste Schwierigkeit schupe, dann kannst du meditieren nimmer machen. Alter, dann bist du echt am Arsch. Dann musst du echt das fressen, was du kriegst. Ui, was ist das? Aber die Aussicht ist schon richtig geil, ne? Ist schon ein wenig schade, ne, dass das hier alles so runterkommen ist. Warte mal, ich repariere mal kurz. Das Inventar. Ja, das Inventar, soll ich. Und zur Wasche. So, und das können wir machen. Heißt der, Giselle. Ja, komm, dann machen wir den Gisellen. Sehr schön. So. Und hier ist Kehrmoorhen. Siehst du, das ist gar nicht so weit weg gewesen. Na ja, aber es sieht schon geil aus, Gerald, ey. So, nichtsdestotrotz. Wir müssen hier nach oben. So, und hier in der Nähe. Ach, da oben. Sehr schön. Oh, hier haben wir sogar auch noch was. Pechdraht, Harz, Kohle, Schweinehau, Lederstücke, Kohl. So, Hieronymus. Hieronymus-Notizen. Nehmen wir natürlich Dank und Dank. So, Wolfsschulen ausgerufen. Finde Schemas für alle Ausrüstungselemente der Wolfsschule. Lies die Notizen des Magiers Hieronymus. Das machen wir doch gleich. So, Inventar. Dann checken wir mal hier noch alles ab. Da haben wir doch Hieronymus-Notizen. Enthält Zusatzinformationen. Ah, wieder viel. Warte, ich glaube, dann trinke ich nochmal einen Schluck. So. Dank meinen Untersuchungen an Elgas Rüstung kann ich jetzt neue Legierungen entwickeln, um die magische Konduktivität des zweiten Kristalls erhöhen. und das könnte für meine Arbeit am Teleport der Durchbruch sein. Als Testlauf habe ich das Portal so kalibriert, dass der Ausgang in der Höhle beim Fundament des Turms liegt. Jetzt muss ich nur noch Kristall mit Sonnenenergie aufladen. Zu diesem Zweck habe ich ihn auf der Außenmauer des Turms bei der Einrüstung deponiert. In ein paar Stunden ist er aufgeladen. Ich habe meine Arbeit an einem Schema fertiggestellt, mit dem wir diese Rüstung replizieren und die gesamte Wolfsschule damit ausstatten können. Der Wundest war ihn, dem Fechtmeister zu verdanken. Doch ich war es, der mit logischer Reduktion und nur wenig magischer Unterstützung die Kammer entdeckte, in der Elgar residiert haben muss. Der Raum war hinter einer primitiven Illusion verborgen. Man musste nur genau hinziehen, um ihn durchzublicken. Ich fand Notizen, aus denen hervorgeht, dass Elgar Schemas zur Verbesserung seiner Ausrüstung ausgearbeitet und dann aus Sicherheitsgründen an verschiedenen Orten in aller Welt versteckt hat. Nach sorgfältigem Studium der Notizen konnte ich einen Plan anlegen, wie diese Verbesserungen aufzufinden sind. Ich ging zum alten Wachtturm und gab ziert den Plan. Sobald er mit dem Silberschwertschema fertig ist, wird er aufbrechen, um alle Schemas einzusammeln. Varen hat das Stahlschwertschema fertiggestellt und wird nun mit der Herstellung der Klingen beginnen. Ich hoffe, es gibt sie den bedauernswerten Kerlen, die er ausbildet, anständige Ausrüstung haben sie mindestens verdient, wenn sie schon die Schrecken erdulden, die er als Übung bezeichnet. Bei den Göttern, das ist doch Feuer am Horizont dort, wo der alte Wachtturm steht. Und was ist das für ein Lärm von meinem Turm? Der Ausgang ist blockiert. Was geht hier vor? Da gab es dann doch die ein oder andere Probleme hier, wie es aussieht. So, dann haben wir hier noch ein wenig was. Gucken wir uns nochmal an. Beziehungsweise klicken wir durch, dass das Sternchen weggeht. So, Entzettler. So. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ja, da hast du was gesagt. So, finde ich hier was für alle Ausrüstungselemente der Wolfsschule. Wir haben gerade 20 Minuten aktuell. Warte mal, hier können wir noch nach oben. Ja, dann gehen wir doch an und auf, ne? Wenn wir es können. Was haben wir hier? Zwergenschnaps. Armbrust. Und Alkohist. So, die Frage ist jetzt. Ist hier unten noch ein Schema oder wie? Ist jetzt die Frage, ob hier unten noch ein Schema ist? Ah, hier ist noch ein Trüe. So. Resto und Flohn. Okay, aber so weit ist hier jetzt auch nichts mehr, ne? Halt, hier haben wir noch was. Okay, das war nur eine Huntsbäder siehe. Sind wir hier richtig schon, ne? So, warte mal, jetzt gehen wir noch mal hier nach oben. Werde ich hier noch mal alles checken. Ah, guck mal an einer an. Was haben wir hier Schönes? Ein Portal. Hm, der Kraftspeicher fehlt. Ich sollte mich umsehen. Ein Kraftspeicher? Alter, jetzt nur mal hier, ne? Warte mal, ich klicke hier mal weiter. Ach du Fuck, das ist ja voll weit weg alles, ey. So, setzen wir einen Hexen zu ihm ein, um den Mechanismus des Portals zu untersuchen. Ja, hab ich doch gemacht. Ein Portal. Hm, der Kraftspeicher fehlt. Ich sollte mich umsehen. Okay, Mechanismus. Ist vielleicht hier noch einer? Ist hier noch so eine Art Mechanismus? Da drüben war doch was. Ah, jetzt hat er noch. Ein Kraftspeicher für Portale scheint aufgebraucht zu sein. Vielleicht kann ich ihn mit einem Zeichen wieder auffüllen. Mit einem Zeichen? Durchsuche ich den verfallen? Jetzt muss ich ihn doch noch mal. Okay, der ist doch ein wenig weiter weg. Ja, durchsuche ich die Rühne der Bastion bei Kehrmohin. Okay, mit dem A-Zeichen. Dann werden wir das nochmal machen. Ups, Entschuldigung. Hat das geklappt? Das klappt gar nicht. Ein Kraftspeicher für Portale scheint aufgebraucht zu sein. Vielleicht kann ich ihn mit einem Zeichen wieder auffüllen. Hm, hm, hm. Freunde, Freunde, Freunde. Etzerle. So, jetzt haben wir das. Das. Und das ist in der Nähe. Findet den Kristall, der erforderlich ist, um den Generator anzutreiben. Also nochmal hier nach oben, um zu wissen, wie es aussieht. Muss ich vielleicht nochmal hier nach oben? Ist hier eine Art von Kristall vielleicht? Okay, Gerald, dann meditieren wir hier mal eine Runde. Sorry, mein viele. Da drüben muss irgendwo was sein. Also gehen wir nochmal hier durch, hat er gemacht. Hm. Okay. Aber gibt's hier was? Gibt's hier was? Ich trau mich schon gar nicht, hier weiterzulaufen. Gerald findet auch nichts. Doch hier oben. Das sieht doch auch richtig cool aus. Die zusammen, ne? Ich denke, das nehmen wir so. Oder Gerald, was meinst du? Ja, das sieht schon sehr, sehr, sehr nice aus. So, wir haben ja das Ding. So, dann nehmen wir das auch nochmal. Da muss ich nochmal, glaube ich, ein bisschen zurückgehen hier. Ich hab halt Angst, dass ich hier runterfliege, ne? Nein, 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 tot, liebe Freunde. Ich mach hier eine Pause. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Und ja, sag bye-bye. Bis morgen. Euer Frank Kodia. Tut mir leid. Ich bedanke mich für's Zuschauen. 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 Ich bedanke mich für's Zuschauen.